Alles klar, Boot taucht ab. Kürzlich untersuchten Wissenschaftler den Meeresgrund und stießen auf ein Geräusch, das noch nie ein Mensch zuvor gehört hatte. Oh nein, mach, dass das aufhört, Cramps, bitte! Von Paramount Animation und Nickelodeon Movies Wer den Krampenbauer hat? Die Krampenbauer Geheimform, sie ist weg! Ohne sie droht uns ein völliger gesellschaftlicher Zusammenbruch. Übertreiben Sie da nicht ein bisschen? Willkommen beim Weltuntergang. Hoffentlich mögt ihr Leder. Um Ihre Welt zu retten... Ich rieche Krampenbauer von da drüben! Die Oberfläche! Na gut, alle Nebendarsteller kommen jetzt mal mit. Müssen Sie... ...in unsere kommen. Wo sind wir denn hier gelandet? Der sieht schlau aus mit seinen fünf Köpfen. Vielleicht weiß er's. Zuckerwarte! Wenn ihr das alles esst, könnt ihr um die ganze Welt rennen. So viel Energie habt ihr! Wann hört der Zucker auf zu wirken? 2015. Krabbenbauer! Was machst du denn da mit meiner Formel? Du meinst... ...meine Formel! Das passiert schon mal, wenn ich nervös bin. Angriff! Ein Superschurke lässt sich nur aufhalten... Machen wir ihn platt! Indem man zum... ...Superhelden wird. Seht mich an, ich bin ein Gott! Was ist das für ein teuflisches Teil? SpongeBob! Patrick! Sprich mit mir, Kumpel! Ich sehe ein helles Licht. Ist das besser so? Viel Dankeschön! Spongebob Schwammkorb 3D! Machen wird am besten... ...kalt serviert! Vielleicht hätten wir dir noch ne bessere Superkraft aussuchen sollen. Es geht um das Überleben Ägyptens, hast du verstanden? Wer hat dir das erzählt? Gott!